Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Faktorium Modpack. Wir haben ja beim letzten Mal den Außenposten unten gebaut, den Stromaußenposten und diesen, mir fällt gerade ein, ich habe so lange gebraucht diesen Anschluss hier zu friemeln, ja, dass wir das wirklich von hier nach da übertragen, 1 zu 1 und wir haben ihn nie benutzt. Es ist eigentlich echt schade, ja, es ist echt schade. Es war wirklich viel Arbeit, das da rein zu friemeln mit den roten, äh, mit den roten Fließbändern, weil die teilweise nicht lang genug waren. Ah, jedes Mal, wenn ich hier herlaufe, ärgert mich das, dass ich das umsonst gemacht habe. Ich habe wirklich lange daran gefriemelt, wenn ich das so weit hatte. Ach ja, da habe ich wieder mit dem Satz aufgehört zu reden. Das ist, ah. Ich wollte hier eigentlich noch Lampen, brauchen wir Lampen? Brauchen wir in dem, wir sind eh nie in dem Außenposten, oder? Eigentlich brauchen wir kein Lampen, komm, wir kopieren das Ding jetzt und dann passt das. Ich bin mal gespannt, was da materialtechnisch so beisammenkommt jetzt hier. Aha, aha, ja, ja, einiges, einiges. Joa, 2900 Akkus, 1300 Solarpanels, 1300 Mauern, 157 Lasertürme und noch so ein bisschen anderes Zeug. Nicht schlecht. Gucken, ob wir das jetzt alles zusammen ins Inventar kriegen und dann in einem Zug diesen Außenposten bauen. Ich glaube, das wird nicht passen, das kriegen wir nicht in einmal mit. Aber wir könnten theoretisch einen Zug beladen. Da muss ich zumindest nicht zweimal latschen. Das wäre, glaube ich, eine Idee. Okay, dann bauen wir auf jeden Fall da oben noch einen hin, dass wir nochmal eine externe Stromquelle haben für, ja, für was auch immer. Falls mal wieder ein Alien meint, er müsste kaputt machen. So, das heißt Zug und Anhänger dran. Und dann kommen hier erstmal rein. So, 100, 200, 300, 400, 500, 500 Mauern. Wir brauchen 1300. Das sind nochmal 1500, 600, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14. Das ist ja lieber ein bisschen mehr als zu wenig. So, Mauern sind dann alle da. So, dann brauchen wir die Electric Poles. Davon welche? Davon 21 und 17. Reicht das? Äh, wo ist er? Da. 20, okay. Und 16, passt perfekt. Die Lasertürme, da brauchen wir... Da schon meistens mal 50. Dann kriege ich 50 neue. Dann passt das. So, dann haben wir die Mauern. Dann haben wir die Lasertürme. Dann haben wir die ganzen Poles. Warum habe ich denn da 5 normale Lasertürme reingebaut? Hä? Wo sind die denn bitte? Hä? Habe ich hier gar nicht mitgekriegt. Muss ich erstmal suchen. Die suche ich jetzt erstmal. Pass mal auf. Die werde ich jetzt finden. Da sind schon mal 2. Hier. Hier sind schon mal 2. Ah, weil ich die hier unten noch liegen habe wahrscheinlich, ne? Dann werden die wahrscheinlich in den Ecken sein, ne? Da sind noch mal 3. Das waren nur 5, ne? Ja. Dann mache ich den AP nochmal eben neu. Also die Blaupause neu. Nicht der AP neu. Das wäre es. 3 Lasertürme falsch. Okay, neu bauen. Ist scheiße so. Bauen wir neu. Okay. So. So sieht das schon besser aus. Gut, dann haben wir die Lasertürme. Wir haben die Mauern. Wir brauchen jetzt noch die Panels. Und die... Äh, die Akkus. 1.300 Panels. 1.300 Panels. Wie viele sind hier drin? 2.600. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Okay. Und wie viel? 2600 Akkus? 2900. Okay. Hier sind 24 drin. 23 habe ich. Also noch 600. Okay. Noch 600 Akkus. Dann müssten wir eigentlich alles haben für den Außenposten. Im besten Fall. 270. 73, 74, 75, 76. Passt. Passt. Wo fahre ich jetzt hin? Wir fahren jetzt nach... Alter. 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 Das ist nicht euer Ernst. Es wird Zeit, Freunde, die Laserkapseln hier auf ihre Wirksamkeit zu testen. Wir können 55, 60, 65, 70, 74 Stück. Und jetzt gib ihn mal richtig hart hier. Und guckt euch das an, wie es leckt. Hahaha. Alter. Es ist Standbild. Es ist einfach Standbild. Oh, jetzt geht's wieder. Was? Nur noch 14 Kapseln? 7, 4? Was? Hä? Was? Die haben alle Kapseln gefressen. Was ist mit euch denn falsch? Was ist mit euch denn falsch? Hier, Ärsche. Haben die einfach alle Kapseln gemampft? Was ist da denn los? Okay, aber sie funktionieren... Aber die sterben so schnell. Warum sterben die so schnell? Das war doch sonst nie so, oder? Achso, ja. Natürlich. Okay. Sehr interessant. So. Wir fahren jetzt nach... Cotinium AP, oder? Cotinium AP, ja. Würde ich sagen, ne? Dann gucken wir mal, ob das Ding hier reinpasst. Da ist natürlich mega viel Wald drin. Vielleicht macht es Sinn, den mal eben wegzuwämsen, oder? Wir haben ja so schöne Ionenkanonen. Wir können übrigens nur einen abschießen, wahrscheinlich. Wir haben jetzt... Acht haben wir schon. Ich dachte, sieben. Wir haben acht. Neun. Wir haben gleich neun. Danke. Jetzt kann ich ja der Rakete folgen, oder? Geht das? Und da ist sie verschwunden. So, Jungekanone neun ist am Start. Sehr schön. Warte, wo bin ich? Ich muss hier rüber. So, wir haben acht Kanonen zum Schießen. Hier würde ich den gerne reinbauen. Das müsste eigentlich auch passen. Ein bisschen Wald loswerden hier. Was? Das waren schon acht? Lol. Das ist ja ein Ding. Ja, den restlichen Wald müssen wir dann leider... Müssen wir leider abgiften, oder wie auch immer man das nennen möchte. Dum, 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 dum. Forschung. Siehst du? Da war ja was. Okay. Okay, also 75 Laser-Dinger gegen die ganzen Baiter ist das natürlich schwer. Crotinium AP Kohle Zuliefer. Da fahren wir hin. Hm. Warum kommen die denn jetzt schon wieder alle? Ich habe gar nichts gemacht, Mann. Lass mich doch mal in Frieden. Ich habe hier oben ein bisschen Wald kaputt gemacht. Ja, und? Ich werde gleich ausflippen. Ich hoffe mal, das Teil passt hier zwischen. Wahrscheinlich mit meinem Glück wird das genau nicht passen, ja? Und mit meinem Glück ist auch der Kohlezug genau hinter mir gerade. Ne, warte, kommt hier nicht im Zug. Okay, warte, jetzt mache ich aber erst, bevor ich hier baue, müssen wir hier das weggiften, weil dieses ganze Holz im Inventar würde alles volllaufen lassen. Okay. Okay, okay, okay. Das war's. Mehr haben wir nicht. Können wir welche bauen? Ja, können wir. So. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, dann gucken wir mal. Alter. Ich sehe nix. Ich sehe nix. So, von der Höhe her, keine Ahnung. Ich kann soweit gar nicht rauszoomen. Nach links passt es so gerade. Nach unten kann ich so ein bisschen sehen. Okay. Ich sammle mal einen hier hin. Jetzt hat es gerade mega geleckt. Das ist einfach zu viel für das Spiel. Oh Mann, oh Mann. So, jetzt können die Robis hier Vollgas geben. Wir haben jetzt ein bisschen was zu tun. Aber damit müssen sie klarkommen. Oh, und das ganze Holz. Was sollen wir mit dem ganzen Holz machen? Kann ich schon mal hier einladen. Mauern zum Beispiel. Und Panels. Oh, jetzt sind die schon hier am Ablahmen oder was? Ja. Charakterinventar voll. Schön habt ihr das gemacht. Ihr Nasenbären, ihr Vollhorste. Müsst ihr mal was verarbeiten, bevor ihr das ganze Holz an den Start schleppt. Ach, die Poles habe ich ja noch da drinnen. Electric Poles. Das, das, das. Das. So, erstmal leer machen, bevor ihr jetzt hier wieder das Zeug an den Start bringt. Ich glaube, der Kohlezug ist ja schon da. Nö, ne? Der ist noch nicht da. Okay, das ist gut. Da kommt wieder ein Schwung Holz. Der müsste sich ja jetzt eigentlich auch schon mit dem ganzen Schienennetz hier verbunden haben, oder? Wenn die Poles gebaut sind, müsste das eigentlich gehen. So, was ist denn hier los? Seid ihr alle am schlafen, oder was? Da habe ich schon extra so viele. Müsst ihr die ganzen Typisch hier einsammeln können mit der Hand. So. Dann macht mal. Dum, 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 dum. Ich muss Material holen. Und Kohlezug schon da? Nee, ne? Das heißt, ich könnte theoretisch den Zug abbauen. Und jetzt müssten die hier alles fertig bauen können. Im besten Fall, wenn ich richtig gerechnet und geguckt habe. Was ich natürlich nicht immer von mir behaupten kann, leider. Ja, ja. Der schöne Strom. Alles auf jeden Fall schon mal verbunden. Das ist gut. Und wir haben natürlich mega viel Akkuleistung jetzt bekommen. Ich glaube, wir hatten, bevor wir den ersten Außenkosten... Iron Cannon ready. 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 Danke für die Info. Hätte ich fast nicht mitbekommen. Was ich sagen wollte. Ich glaube, wir hatten vor dem Außenkosten 140 Gigajoule. Speicherkapazität. Jetzt sind wir bei 220. Also wir haben fast, wenn das fertig ist, fast verdoppelt. Glaube ich. Was ist denn hier los? Können wollt ihr? Oder wird das... Also bei euch. So. 2,32. 2,33. Ja, wir haben fast verdoppelt. Das ist wunderbar. So. So will ich das sehen. So geht das wenigstens ab hier. So. So. Haben die sich jetzt hier verbunden? Nö, ne? Dann machen wir hier nochmal eine Verbindung hin. Machen wir noch so ein paar Verbindungen nach oben und so. Dass das hier alles ein bisschen miteinander vernetzt ist. Ähm. Brauchen wir Tore. Ich brauche mal Tore. Ja. Da nicht. Das heißt, wir können hier locker... Oh. So. Eine Verbindung nach oben machen. Das ist gut. So. Ich brauche Tore. Haben wir jetzt alles gebaut? Oder sind hier noch irgendwo Lücken? Aha. Siehste. So. Sehr schön. Sonst noch wo? Oder habt ihr alles weg? Ey. Sieht gut aus, würde ich sagen, oder? Sieht ordentlich aus. Gucken. Kann man irgendwo eine Lücke erkennen? Passt alles. Müsste alles gut sein. Die Pollution Cleaning läuft. Die Pollution Cleaning läuft. Wir haben jetzt 267 Gigajoule. Wir haben verdoppelt. Man könnte nur sagen, wir haben verdoppelt. Das ist sehr cool. Wo ist denn mein Zug? Warte mal. Liegt mein Zug hier? Der lag da. Der Zug lag da. Ach du Scheiße. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. So, würde ich sagen, können wir jetzt kurz in die Base fahren und holen uns das Zeug, was wir hier für den AP brauchen. Dass wir den umgebaut kriegen. Dass wir hier die rechte Seite auch frei von Pollution bekommen. Ich habe gar nicht gemerkt, eben, dass der Zug da gelegen hat. Alles klar. Alles klar. Was ist da los? Stau auf folgenden Strecken. Ach, ich bin heute mutig hier. Renne ich hier quer über die Schienen? Da kenne ich nichts. So, dann könnt ihr hier das ganze Holz mal wegholen. Macht damit, was ihr wollt. Bringt es weg. So, warte mal. Wie viele Maschinen? 20. Wir nehmen mal 40 Stück mit. 40 Stück und 200, 300 Luftfilter. Dann brauchen wir Fließbänder. Knickarme habe ich einstecken. Das geht klar. Dann brauchen wir ein paar Schienen. Ein paar Schienen könnte ich eventuell noch bauen, oder? So, ein paar Schienen kann ich auch noch bauen. Ist kein Problem. Einen Bahnhof haben wir auch noch. Ein paar Mauern noch für Erweiterung eventuell. Äh, was noch? Irgendwas habe ich wieder vergessen bestimmt. Chests habe ich alles. So, ich würde sagen, wir können ab in den AP. Und zwar in, wie heißt der denn? Safariten-AP. So. Attacke. Dann machen wir da auch noch Pollution Cleaning hin. Und dann fehlen uns noch zwei APs. Yes. Und den reiße ich gleich weg. Den springen wir mit den Ionen-Kanonen. Boah, das machen wir. Yes. Oh, das ist die Idee. Das ist die Idee. So wie er ist, scheißegal, was da drin ist. Scheiß auf Materialien. Einfach achtmal mit der Kanone da reinpusten. Und das Ding ist Geschichte. Mitsamt Zucht, der da drin wartet, alles weg. Das ist die Idee. Oh, jawohl. Das machen wir. Okay, was gibt es jetzt hier noch? Ja, das ist ja eine Ausbeute hier. Das ist ja der Hammer. Aber dafür sind die Fließbänder voll, ja? Für die drei Fellen hier. Alter. Verarbeiten wir nichts mehr, oder? Was ist da los? Und was ist das? Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann. Brauchen wir die? Nö, ne? Das brauche ich jetzt alles neu hier. Das sieht alles so scheiße aus. Alles hingewemst. Einfach nur. Scheißegal wie. Hauptsache Ink-Laser-Turm. So, alle kein Strom mehr. Warum? Was ist denn da los? Mach voll den Zug. Genau, warte. Dann kann ich jetzt hier das Zeug auch wieder loswerden. Oh. Nein. Wollte ich nicht. Nein. Wo habe ich es jetzt rausgenommen? Verdammt. Ah, gut. So, warte mal hier. 1900. Naja, alles aufnehmen. Ja, passt. Okay, wir haben noch ein bisschen Platz. Ich hoffe mal, jetzt kommen keine Ideen. Sehr schön. Sehr schön. Okay. So, jetzt können wir hier was Gescheites reinbauen, weil das ist Käse hier mit den ganzen tausend Millionen. Und dann können wir das hier nicht irgendwie woanders hinbauen. Zwar nur blaue Fließbänder, aber ist ja egal, oder? Können wir das nicht hier hinten hier irgendwo hin machen? Das stört es glaube ich nicht so. Brauchen wir das überhaupt nicht? Ja, ja. Ja, doch. Wir lassen es. Wir lassen es sonst. Dringend ist das auch nicht viel. Okay. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier am besten das Zeug unterkriegen. Wir können hier 1, 2, 3 hinsetzen. Ne, nur zwei. Echt nur zwei. Pff. Pff. Ja. Nur zwei. Tatsächlich. Aber hier gehen auch nochmal vier. Ist schon irgendwie ein bisschen, bisschen Cheating ist das ja, ne? hat man hier so zwei winzige nichtsbringende felder und versorgt damit seine ganze hauptbasis schon schon interessant so jetzt brauchen wir hier zwei davon dann machen wir einmal pollution cleaning ich weiß nicht wie viele energiesparung und dann würde ich mal behaupten da kommt definitiv genug bei rum wir könnten noch produktivität aber das bringt uns eigentlich gar ich denke mal das ist so in ordnung wir haben minus 80 minus 80 das passt da kommt genug bei rum das geht voll klar ja dann können wir jetzt hier ordentlich mit einer ordentlichen wand lasertürme die aliens bekämpfen eine wand die nicht so dahin gewenzt ist ich hoffe mal das reicht wir haben hier ein bisschen doppel hier so ein bisschen mehr war immer so die pollution cleaning müssen wir dann jetzt eigentlich nur hier irgendwie her bekommen weil ich jetzt erstmal die gebäude also man hier 1 da 1 dann hier 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 können ja den hier schon mal umlegen nach hier so dann machen wir direkt hier wieder eins und dann hier und hier denkt man so ist das okay dann brauchen wir hier das fließband das kommt da runter geht hier rüber geht hier hoch geht hier rüber und geht dann hier runter muss natürlich hier ankommen so ist der plan ich denke mal das sollte funktionieren aber diesen plan setzen wir erst in der nächsten folge in die tat um denn wir sind am ende angekommen ich muss ja nur bis hier so ach komm ist doch egal machen wir gerade fertig hier machen wir gerade fertig die wackeln immer so komisch wenn die wieso ausgelastet sind so dann hatte ich dafür schon ja hat er schon gemacht haben wir natürlich hier das problem dass wir hier eigentlich geht das fast schneller wenn ich das mit der hand baue als wenn ich das naja egal egal ach wir müssen ja noch den zug yo verdammt wo machen wir das denn hin verdammt wir wollen ja noch kohle hier verdammt wir könnten eventuell hier abfahren noch machen hier den bahnhof hin dass die kohle ausgeladen wird wenn er wieder zurück fährt muss er ja nach da fahren noch einen hoch das passt nicht das passt nicht hier so eine hässliche kurve drehen oder was sieht zwar komisch aus aber ich glaube es funktioniert das heißt wir müssen eigentlich nur hier nochmal das hin machen dann so 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 und so soll das funktionieren es sollte funktionieren dann brauchen wir den hier 1 2 3 das passt auch so gerade und dann haben wir hier die ausladung einmal hier einmal hier und einmal hier so so und so und dann so und so und so dann machen wir das mit fließband was nicht geht deswegen gehen wir hier weg gehen wir hier drunter her dann wird das irgendwie funktionieren hoffe ich ähm ja hoffe ich wirklich also Freunde das wäre es gewesen wir sehen uns beim nächsten mal wieder macht's gut haut rein und tschüss